hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu rust vor mir steht der boden hallo hallo ist das durch auf der links oben stehen drüben ist der fleischhammer entschuldigung ich wollte mal gucken was auf deiner schweißer maske steht koffi er ist eine koffe dose gewesen okay verstehe und so schatten seht ihr das hinten fleischhammer baut hier den schiefen von der ist vor allem 1 und zwar nicht schief richtig diesmal gehe ich nicht die sonne geht auf schön dass wir eine folge oder du den gerade eben nicht gefunden hast ja da kommt er da kommt er da kommt er den finden wir aber besser kann ja nicht so übermütig wenn man nicht so übermütig musst du übrigens alle wieder raushämmern hier das ist echt was muss ich raushämmern naja hier die wände direkt bei uns naja mal gucken ob wo du den findet den finde ich find it like us like us so jetzt noch mal hier loa achte geht hier ja nicht die wand wieder raus zimmern hier an dieser stelle wo ich hier gerade runtergerutscht bin an linken seite unseres hauses da bin ich letztes mal hängen geblieben da hat das spiel einen moment gedacht nicht mit mir nicht mit der commander ich weiß gar nicht wie hoch das machen will das reicht weil du mal dann bist du beschäftigt brauchst keine dummheiten und andere spieler sehen uns sofort ja sagen guck mal da ein depp weil die gute art und weise treppen zu bauen solltest du patentieren lassen habe ich schon längst eingeschickt haben wir nicht auch mal ein airdrop von nahen sehen brauche ich für ein screenshot also wo dann bitte nicht sofort bluten linja läuft 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 ja ich hab das wort schon wieder nicht gehört habe action jackson na schwein 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 du schwein her wollte es doch es tut mir leid zu so brauchen dein fett genau ganz ganz ehrlich geht es nicht so leicht alles noch mal vorne machen alles noch mal alles noch mal abreißen ich komme zum 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 airdrop will ich mir angucken war komm diesen berg nicht hoch bin zu fett neben mein fett aber wieso komme ich nicht hoch dem berg oder noch nicht looten nein kein angst nicht looten wo ich erfriere hier wieso das denn so hoch weil du die buchs wieder vergessen hast die buchse jetzt schon wieder ohne hose raus freund ja ich meine für sein format eine passende hose zu finden ist aber auch schwierig hat man schon festgestellt von der ersten folge an okay fall schaden ist noch aus ich bin gerade rückwärts ach der liegt da guck mal hier to call for you wo ist die sonne ich muss auf die andere seite der lichter oder ist aber richtig kalt steht irgendwo airdrop drauf dass man es auch erkennt da steht irgendwas mit spar wo ich verstehe nicht was drauf hier da so spans ja stellt bleibt da stehen ich brauche einen schönen screenshot ist dieses gegenlicht ist einfach zu grell hier in diesem spiel ich probiere das mal von oben auf zu nehmen so geht es ja okay darfst darf ich mal angucken ja ja guck rein geil eine maske für minias was weiß ich nicht ob das jetzt korrekt ist was du sagst ist eher glaube ich ohne dunkle jacke so eine wie ich an habe ein speer und au was für ein papa jetzt müsst ihr angst haben was eine atombombe minigun na toll ak hast du jetzt eine assault rifle oder heißt die ak wie heißt sie assault rifle cool sehr gut wir müssen jetzt nur noch lernen wie man die munition das geht für man wie man schießt das kann ich dir kurz zeigen warte nein 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 tanzt anz das achso willst du eine jacke haben eine dunkle ist vielleicht besser als dein rotes ja hast du recht ja kommen wir gehen auf eine flache stelle bevor du hier den berg entlang rennst so warte warte jacke warte jacke ich bin es lass mich dich anziehen da vorne ist eine gute stelle da kann nicht allzu weit rollen es war das war ich nicht es ist ein schuss gefallen und ja jetzt nimmt die waffe wieder auf hat keiner und der und der boden liegt ein schuss hat sich gelöst hast du boden erschossen nein fast ein boah die jacke sieht ja mal richtig geil aus ja auch von offen ist immer gut wenn es kalt ist sollte man erstmal die jacke offen lassen ja hauptsache die jacke ist offen minus fünf grad läuft von oma noch ein schall schuss habe ich eigentlich 69 schuss so kann man das mit anfangen was brauchst du für welche das ist 556 dann kann es keine ak sein oder ak ist auch 7 irgendwas normal schon aber gibt doch welche die 556 schießen können was heißt letztens die lesen was ließen du für magazine jetzt stand im spiegel oder sonntagsjäger oder im fokus da gibt es immer das bild der woche und da war eine ak 47 light leicht gemacht auseinander gebaut ist auch egal jetzt spielt jetzt keine rolle war mein naja gut da haben kurz ein bisschen gedrückte stimmung und so lassen wir das machen also jetzt so wie jetzt ist gerade ruhe ja schon gucken wie man da oben runter holen kann sein turm sieht interessant aus bisschen fertig ja ich lasse jetzt so ja die hörte baust desto mehr musst du irgendwie unten wieder umstrukturieren und desto mehr musst du dann ja irgendwie schon ja schon wieder dieses spiel raus oder oder egal an der genau der gleichen stelle bin ich rausgeflogen ich gehe nicht mehr hoch ja da bin ja auch ich wieder zurück nach einem kleinen diskonekt merkwürdig auch die spiele mal abgreifen das habt ihr jetzt bei fleisch haben wir ein bisschen was länger gesehen gehört gemacht aber vielleicht haben wir durch jetzt die zeit im auge wann wie weit sind wir siehst du schon mal zwölf minuten ja ja dann machen wir so bis 22 oder so warum gibt das jetzt nicht also unsere hütte sieht ja mal richtig hart aus du hast ja schon alles aufgewertet da oben ja 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 wieso geht jetzt hier am morgen was mache ich falsch metal and stone kombinate strongest passable strukture du brauchst mindestens 100 fragments plus eigentlich 200 hatte ich ja das ist jetzt aufhalten diese eine wand sehe ich gerade ja ich habe mir mal die wand richtig rum gedreht und dann sieht das auch wieder gut aus kann nur zum sheet metal hoch arbeiten den quatschstuhl ein quatschstuhl oder wo man hier tausend näher kappen noch kappen nix dabei ja ist das ich habe kein holz ja wo dann schon unterwegs der kleine garstiger hobbit der hobbit noch in die zwischendücke würde ich auf jeden fall aufwerten ich habe ich bin ich habe nichts mitgebracht dann kannst du weiter eins höher geht der treppe eins höher kommst du auch an kommst du nicht ran kommst du nicht ran ich habe nichts mit anderen aufgewertet ich habe übrigens noch ich habe jetzt noch fleisch dabei ja wo pack ich das mal rein irgendwo wir müssen mal braten doch hast du schon wieder hunger sag jetzt mal gut gut immer hunger wir brauchen übrigens noch eine zweite kiste für irgendwie schwierigen stuff hier fällt übrigens kohle aus dem ofen hier ist anscheinend voll der ofen spuckt schon wieder ist auch ganz cool gemacht weißt packt nicht weg ne wir sollten hier oben so etwas wie ein leuchtturm aufbauen leuchtturm könnten wir hier bauen ach so das wird eines tages irgendwann mal die gehören mein sohn ich hab übrigens einen steinsperr habe ich bekommen sehen wir wo dann welche richtung bist du hier an wo dann ähm richtung metallhütte und hier ja nicht sie ich springe übrigens haben sie ja auch schon dieses schild gesehen bei fleischhammer ist völlig unauffällig merkt keiner dass wir auf diesem server sind sollten wir noch umbenennen bevor wir raus gehen ja doch ein mann das aber gar nicht so hier stand mal was anderes so ich gehe auf jeden fall so ein bisschen holz schlagen aua so ich überleg nur kurz wo wo bist du hin ja ich au du hast mich voll getroffen quatsch ehrlich jetzt ja aber wo bist du hin da bist du ich hab dich doch nicht getroffen nina oh oh wie cool das macht richtig Geräusche hier hast du piu gemacht oder was komm mal ich jag dir noch mal einen über den kopf seh ich ja nicht schwierig oh da ist er ey ey das schlägt nicht mehr jetzt ist gut ist gut ist gut ich hab's kapiert ich seh dich ja nicht ohne scheiße ich seh dich nicht mehr siehst du mich hier oben stehen miniat ja bitte oh freundchen wir müssten da jetzt hier äh sammeln hier diese zeug wir können hier nämlich ja nicht craften die euren bullets ne verschießen sie einfach ja gut wir müssten auf jeden fall noch mal in die wüste ne genau da laufe ich jetzt auch noch mal hin wenn jetzt schon mal ein tag ist warte mal ich muss auch mal hier ganz kurz äh chat wenn man hier vielleicht show chat show branding f2 aus show chat ey man wenn man lockt und relockt dann ist ja diese blöde option sind ja wieder drin wie geil ey man man lockt und relockt ey man 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 die ist voll der krater die neben unserem haus ist auch ein bombenkrater wir haben es gar nicht mitbekommen den hat gemeint als ich sagte ihm heute mein haus achso in die senke wir haben hier schon zwei von diesen spritzen ritzen ritzen ach spritzen was also wirklich was du willst ne ich kann es auf jeden fall immer falsch verstehen das kann ich gut schüsse schüsse habt ihr es gehört ich kann nur so einen einsamen schuss hier einschlagen sop oh ich glaube wir haben geschossen ja sop es gibt immer mal so stellen auf der map das gab es ja früher schon mal an denen der server irgendwie denkt so hm gleich verschiebe ich mich hier möchte ich nicht ja boah ich doch ne tools kiste hatte ich das schon erwähnt absolut absolut hab ich schon erwähnt dass ich die texturen von den felsen und alles so richtig gut finde ja von mir erstmal holz hast du Glück jetzt noch nicht sag mal nochmal ja 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 manchmal auch mehr die server spüren übrigens wieder anscheinend äh teamspeak meine ich äh naja ich äh hab doch was gehört ich musste ganz kurz äh das war not notfall die die hyäne oder ich die entscheidung von sekunden ja schönes screenshot wir sind bei 19 minuten ja ähm ja ja wir machen noch ein bisschen immer noch ein bisschen lassen wir noch ein bisschen ne absolut ein absturz da haue ich der hyäne in den Schädel ein einfach mal als Rache für alle Tode die wir jeweils ey sag mal die kleinen Bäume die jetzt hier so äh die sind neu gewachsen wachsen die denn auch groß eigentlich schon oder ja die werden auch groß ich hab's jetzt mitbekommen der Hirsch ist gerade hier original ne da hinten läuft er ich dachte der wär im Felsen verschwunden die Spawns ne ich dachte der wär in den Felsen geklitscht weißt du so hier wallhack und so weiter na gut die haben schon an die 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 ja hinten in der savanne da wo ihr da so nix das ist ja blöd dass sie sind jede menge steine in der wüste in der wüste wüste gobi ja die wüste gabi man hat mir eigentlich schon so ne so ne ich sag mal ich kann schon wieder nicht reden ja ich hab ich weiß was ich sagen will aber kommt nicht raus ist einfach manchmal ist einfach schwierig ein paar synapsen fehlen einfach gerade weggeschluckt oder so ein bisschen ja es gab also was mich gerade ein bisschen irritiert gut wir haben ja von zu hause nicht wirklich weit weg gekommen weil als ich das letzte mal weit von zu hause bin da hatte ich ja sorgen dass wir nach hause finden heimweh es gibt doch irgendwo noch radioaktive zonen oder sowas genau 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 es soll ja so red zones geben wo es dann auch blut gibt also aber wir müssten vielleicht mal ausflug machen ich meine wir haben jetzt ja gefühlt sieben acht folgen hausbau materialsuche schwierig aber naja also wenn man unser haus sie ist jetzt auf eine entfernung von weit ja gut ja 600 meter ungefähr aber dahin war sie noch und hinter dem schwelsen versteckt ja das war auch mal der plan am anfang dass man es nicht findet ja wie ein pilz nach oben geschossen leider bei mir im kopf nicht gefestigt und so entstanden neuer plan du hast gesagt wir brauchen aussicht auf den feind sehr genau wir müssen sehen wer uns schießt genau wie das falsche spiel gibt es schon wieder world of tanks und du sollst ja auch bei heroes and generals ach so weil sonst die nachbarn wieder denken oder an nein hüpf oder an hüpf das bin ich ja okay der mond hier ist nicht ne ich habe gedacht hier ist jetzt wenigstens irgendwie ja letztes mal gab es da fässer mit einem leichten sprint richtung nach hause würde ich sagen verabscheuen wir uns aus dieser folge ja da waren dran ich weiß gar nicht habe ich war dran ich glaube wenn es euch gefallen hat dann lasst uns noch oben da diesmal etwas länger mit einem kleinen absturz steuern wir hart auf den turm zu und wir sehen uns dann zur nächsten folge von rast wieder wenn wir hoffentlich auch mal fein kontakt kriegen macht's gut bis dahin bis dahin tschüss